Darf man Dua gegen eine bestimmte Person machen, für schlimmes Beten, wenn Person Unrecht tut? Im Allgemeinen steht dem nichts entgegen, dass man Dua macht, gegen eine Person, der einem Unrecht angetan hat. Mit einer Bedingung. Das Dua, das Bittgebet, muss verhältnismäßig sein. Das heißt, wenn er dir 50 Cent geklaut hat, dann darfst du nicht darum bitten, dass Allah seine nächsten sieben Generationen vernichtet. Weil der Prophet in einer Überlieferung bei Abu Dawood verboten hat, dass man im Dua übertritt. Übertritt bedeutet, die Grenzen übertritt. Und daher, liebe Geschwister, es ist kein Problem. Selbst Paradiesbewohner, die hier in dieser Dunja von den Sahaba, das Paradies versprochen bekommen haben, haben Dua gegen einige Personen gemacht. Und Allah hat sie mit dem bestraft, worum sie ihn gebeten haben. Wallahu ta'ala, a'la wa'ala.